Ein Burger ohne Soße, dafür mit vielen Zwiebeln. Schmeckt das? Finden wir es heraus. Wir brauchen Zwiebeln. Schneiden sie so dünn wie möglich oder nehmen uns eine Mandoline. Aus unserem Rindsack formen wir Kugeln. Rüsten unser Burgerbrötchen an. Bisschen Öl, smashen unsere Burger. Gut salzen und pfeffern. Oben drauf legen wir unsere Zwiebeln. Bisschen Zucker zum Karamellisieren. Und wenn sie schön braun gebraten sind, fast schon verbrannt, wenden wir sie. Oben drauf kommt unser Schmelzkäse und unser Burger-Band. Oklahoma Zwiebel-Burger. Käsig, zwiebelig, fleischig. Da braucht man keine Soße. Gute!